Elements Ein Wattpad Roman von Hana Suhi Kapitel 1 Die letzten Töne meines Lieblingsliedes drangen durch meine Ohrenstöpsel. Ich seufzte und sah aus dem Fenster. Meine Mutter warf einen Blick in den Rückspiegel und beobachtete mich. Ich sah sie genervt an. Hatte ich schon wieder mitgesungen oder was? Sieh mich nicht so an, Scherz, versuchte es meine Mutter. Ich weiß, dass du traurig oder wütend bist wegen der Scheidung. Aber glaub mir bitte, es war nicht wegen dir. Du hast mit dieser Entscheidung rein gar nichts zu tun, okay? Ich erwiderte nichts und steckte mir demonstrativ die Ohrstöpsel in die Ohren. Dann tippte ich auf meinem Handy nach einem Lied. Ich wollte jetzt gar nicht mehr daran denken. Ich sah aus dem Fenster und achtete nicht auf den Text. Ich sang auch nicht, wie ich es sonst immer tat. Wenn ich das tat, dann hieß es, ich wollte mich einfach mit irgendetwas zudrönen. Ein Bild tauchte von meinem inneren Auge auf. Ein Junge, haselnussbraune Haare und ebenso braune Augen. Jack war, abgesehen von meinen Eltern, der einzige Mensch, dem ich vertraut hatte. Ich musste ihm versprechen, ihn nicht zu verlassen. Und dann hat er mich verlassen. Ist in irgendeine beschissene Stadt in Deutschland gezogen und hat mich alleine gelassen. Welche eine Ironie. Ich bemerkte meine nassen Augen und drehte mich schnell in die andere Richtung, damit meine Mutter nicht sah. Hast du Hunger? Fragte sie mich. Verwirrt bemerkte ich, dass ich mir die Ohrenhörer aus den Ohren genommen haben musste. Sie sah mich an und wartete auf eine Antwort. Erst jetzt bemerkte ich, dass wir auf einem Rastplatz waren. Ja, sagte ich schnell, während meine Mutter die Brote auspackte. Käse oder Schinken? Fragte sie mich. Schinken, sagte ich lustlos. Sie gab mir das Brot und ich aß es in Rekordzeit auf. Meine Mutter aß ebenfalls ein Brot und legte den Rückwärtsgang ein. Stumm bretterten wir über die Schnellstraße. Wir redeten die ganze Zeit über nichts. Mal wieder starte ich aus dem Fenster. Blöde Trennung. Blöder bester Freund, der einen verlässt. Ich musste wohl traurig geschaut haben, denn meine Mutter drehte sich jetzt ernsthaft zu mir um und sah mich mitfühlend an. Das machte mich nur noch wütender. Jedoch beschloss ich lieber den Blick abzuwenden und sah mal wieder aus dem Fenster. Armes Fenster. Halt, warte, nein, jetzt bemitleide ich schon das Fenster. Oh Mann. Zu Hause angekommen, stürme ich aus dem Auto. Schmiss mich auf mein Bett und knallte die Tür mit einem lauten Knall zu. Eine Weile lang lag ich auf meinem Bett und dachte an Jack. Was er wohl gerade machte? Ich pinzelte eine Träne weg und wischte mich an einem Kissen ab. Es klopfte leise an der Tür. Keine Reaktion. Nochmal ein Klopfen. Ich vergrub mein Gesicht im Kissen. Einen Moment lang stille dann. Jessie? Immer noch keine Reaktion meinerseits. Dann ein Rütteln an der Tür und die Türklinge wurde nach unten gedrückt. Jessie? Jessie, hast du etwa zugesperrt? Fragte sie in einem empörten Tonfall. Nein, sagte ich in dem gleichen anklagenden Tonfall. Ich komme aber nicht rein, schrie sie jetzt sauer. Jetzt wurde mir das Ganze zu bunt. Ich stand auf und schlenderte zur Tür. Ich legte eine Hand auf die Klinke und drückte sie runter. Nichts geschah. Ja, nochmal versuchte ich es. Wieder nichts. Dann rief ich meiner Mutter zu, sie solle an der Türklinke ziehen. Wir zogen und zogen, bis plötzlich ein Knacken zu hören war. Die Tür ging knarzen zur Seite auf und ich sah meine verwirrte Mutter mit meiner Klinke in der Hand. Sie fluchte lautstark und ging nach unten, vermutlich unter einem Sekundenkleber zu holen. Ich wollte mich gerade wieder auf mein Bett setzen, als ich etwas Kaltes spürte. Ich sah nach unten und bemerkte zu meinen größten Verwundern, dass meine Tür vereist war. Was? Hä? Ich richtete mich auf, um das Ganze von Weitem zu betrachten. Eine große Eisschicht zog sich von meinem Türrahmen ganz bis nach oben. Ich schüttelte fassungslos den Kopf. Ich versuchte eine logische Erklärung für den Vorfall zu finden und überlegte. Theorie Nummer 1. Ich bin geistig gestört und bilde mir das ein und werde irgendwann sprechende Bäume entdecken und dann merken, dass ich in einer Irrenanstalt gelandet bin. Theorie Nummer 2. Es ist wahr und ich bin so etwas wie eine Außerirdische, die von einem ausgestorbenen Planeten auf die Erde gesendet wird und muss für Chaos sorgen. Theorie Nummer 3. Ich konnte wirklich etwas erfrieren lassen und war nicht verrückt, aber dann müsste es noch mehr von solchen wie mir geben und man konnte ja schlecht mal jemanden auf der Straße ansprechen und fragen, Hey, kannst du zufällig etwas mit deinen bloßen Händen einfrieren? Ich beschloss, einen Föhn zu holen. Schnell schlich ich ins Bad und steckte den Föhn aus der Steckdose. Eigentlich war es ja Energieverschwendung, aber wir machten das immer so. Ich steckte also den Föhn aus und lief damit zur Tür. Es dauerte nicht wirklich lange, bis das Eis schmolz. Jedoch war die Pfütze, die dadurch entstand, schon etwas auffälliger, also holte ich schnell ein Tuch und wischte es sorgfällig vom Boden. Dann atmete ich tief durch und ging die Treppe hinunter. Unten angekommen sah ich meine Mutter an dem Herd stehen. Sie stand jedoch unbeweglich da und starrte auf die warme Platte. Ich machte mich bemerkbar und sie sah auf. Ihre Augen waren tränenverschleiert. Ohne nachzudenken, ging ich auf sie zu und schlang meine Arme um sie. Sie schniefte und vergrub ihr Gesicht in meinen Schultern. Ach, Mom, sagte ich und fuhr ihr durch die Haare. Dann richtete sie sich auf, wie immer, wenn sie mir etwas sagen würde, das mir nicht gefiel. Ich versteifte mich. Mom? fragte ich. Ich sah ihr tief in die Augen und hoffte, das würde sie dazu bringen, etwas zu sagen. Sie biss sich auf die Lippen. Sag schon. Dein Vater und ich, fing sie an, doch ich unterbrach sie. Nein, nenn ihn nicht so, fuhr ich sie an und ignorierte die Traurigkeit in ihrer Stimme. Mark, gibt sich wirklich viel Mühe, säuselte sie. Ich will trotzdem nichts von ihm wissen. Jedenfalls, er hat, sagte sie und blickte mich an. Bei einem Eternat angerufen, sagte sie. Mir stoppte der Atem. Was hatte sie gerade gesagt? Mom, halt stopp, was? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt und bewertet es doch bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.